Ja, herzlich willkommen zum Abend-Talk mit Norbert Giesow. Ich bin Autor und Astrologe in Kiel und berate Menschen seit über 30 Jahren allen möglichen Lebensthemen. Ja, und diesen Kanal habe ich, obwohl es der ältere ist, vor gar nicht so langer Zeit reaktiviert und hier erlaube ich mir, neben meinem Tageshoroskop-Kanal auf YouTube Themen zu behandeln, die nicht immer unbedingt mit Astrologie zu tun haben mögen. Das mag dem einen oder anderen gefallen oder nicht gefallen. Ist einfach so, ich bin nicht nur Astrologe, obwohl es heute ein astrologisches Thema ist. Und ich möchte mich erstmal bedanken und freue mich, dass die tausende Abonnentenschwelle überschritten ist, auch bei diesem Kanal. Das ist schön. Freut mich, wenn die Videos gesehen werden. Darum geht es ja und vielleicht die eine oder andere positive Anregung bewirkt. Ja gut, was liegt an? Heute 1. September, deswegen heute länger ja kein Video eingestellt. Es gab einfach viel zu tun. Ich hoffe, dass die Schlagzahl wieder etwas erhöhen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Schreibt auch ruhig mal in die Kommentare, wenn es so allgemeinere oder größere Themen gibt, die euch interessieren aus allen Bereichen. Wenn es auch für mich passt, greife ich das dann gerne auf. Ja, heute geht es mir vor allem darum, einmal zu schauen, wie ist eigentlich hier jetzt die Grundstimmung, die Grundenergie. Und dafür benutze ich natürlich die Astrologie. Aber ich möchte, dass auch Menschen, die sich mit Astrologie nicht auskennen, trotzdem dem Video folgen können. Schreibt auch das mal rein, ob euch das dann gelingt. Oder man lernt eben auch ein bisschen was über die Astrologie dazu. Das ist natürlich dann auch immer fein. Sie ist ja schließlich die kosmische Sprache, die uns eben die Qualität der Zeit auch erschließt, wenn wir denn die Stellung der Planeten in Zeichen und so weiter deuten können. Ja, und deswegen gilt es einmal auf den jetzigen Stand zu schauen und auf das, was uns astrologisch so im September erwartet. Da werde ich sicherlich auch nicht ins Detail gehen. Dafür sind die Tageshoroskope da. Und es hat ja sozusagen schon in den letzten Tagen so einen großen Energiewechsel gegeben, so einen Schub in eine andere Richtung. Diese Richtung wird sich in den nächsten Wochen noch fortführen. Und das ist die Richtung eben hin zu den Erdzeichen. Ohnehin sind ja die großen Planeten Uranus ja im Stier in einem Erdzeichen. Uranus immer circa sieben Jahre in einem Zeichen. Saturn noch dieses Jahr und teilweise nächstes Jahr noch in seinem Zeichen im Steinbock. Pluto seit 2008 im Steinbock. Steinbock eben auch ein Erdzeichen. Und jetzt sind im August in den Tagen sind eben die persönlichen Planeten Sonne, Venus, Merkur und Mars alle vom Löwen, vom feurigen Löwen in die Jungfrau gewechselt, wo dann eben jetzt auch am Freitag der Neumond war. Also auch ein klares Zeichen der September, ja der meteorologische Herbstbeginn. Es geht in eine andere Zeit. Es geht um eine ganz andere Energie jetzt. Und wie immer ist das Potenzial natürlich groß, weil nämlich die Jungfrau im Tierkreis das Zeichen der Heilung ist. Und mit den Planeten in der Jungfrau, die ja damit eben auch harmonisch zu Uranus und Saturn und Pluto stehen, sind also alle drei Erdzeichen zumindest noch in den nächsten drei Wochen, mindestens drei Wochen noch betont. Und damit läuft das große Erdtrigon, also die großen drei Erdzeichen zusammen. Und es ist die Zeit, in der wir Dinge umsetzen können und auch sollten. Also es geht jetzt nicht mehr um Ideen oder um Vorhaben, um Begeisterung oder Inspiration. Es geht auch nicht unbedingt darum, irgendwie tief in die Emotionen zu gehen, sondern es geht darum, die Dinge, die wir als richtig erkannt haben, umzusetzen. Und die Jungfrau, warum ist die Jungfrau das heilige Zeichen, also das Zeichen der Heilung, das heilige Zeichen, weil in der Jungfrau die Aufgabe daran besteht, diese, wie ich es immer sage, innere Integration zu vollziehen. Wir sind ja nicht unbedingt in unserer Persönlichkeit, in unserem Ich, sind wir ja nicht unbedingt immer einheitlich. Das liegt eben daran, dass da ein Ego ist, was was zu sagen hat, was teilweise mit unserem Verstand im Verbund steht, der Verstand, aber andererseits auch das geistige Werkzeug, Dinge zu analysieren und zu verstehen. Er hat immer irgendeine Meinung zu irgendwas. Und eben unsere Emotionen, unser Gefühl, unsere Gefühle, die vielfach eben auch mit Gedanken zusammengesetzt, sich dann zu großflächigen Emotionen verdichten. Und eben dann natürlich auch unser Körper mit all seinen Macken und Mucken und Wünschen und Dingen, die er braucht, damit er überhaupt weiterleben kann. Und all das läuft halt nicht immer Hand in Hand. Beispiele, wir wissen eigentlich, und das ist ja auch ein klares Thema der Jungfrau, wir wissen eigentlich, wie für uns eine gesunde, gute, vollständige und ganzheitliche Ernährung aussehen müsste. Nicht nur auf der körperlichen Ebene, also nicht nur bei den Nahrungsmitteln und Getränken, sondern auch auf der seelischen Ebene, welche Emotionen, welche Menschen, der Umgang mit welchen Menschen uns da gut tut. Und auch im Geistigen gilt das Gleiche, womit wir uns halt geistig beschäftigen. Das wird ein Teil von uns. Überall, wo wir zugreifen, womit wir uns identifizieren, wo wir ein größeres Interesse zeigen, all das nimmt einen größeren Raum in unserem Denken und Fühlen ein. Und das ist letztlich das, was dann unsere Wirklichkeit färbt. Und deswegen ist es eben, und trotzdem schaffen wir es nicht, obwohl wir beispielsweise wissen, wie wir uns besser ernähren könnten oder wie wir weniger den Süchten folgen könnten und etc. etc. gelingt uns das oftmals nicht, den inneren Schwein zu überwinden, die Gewohnheit zu brechen. Zu stark ist dann wieder die Sucht oder das Verlangen, die nicht gute Ernährung etc. fortzuführen. Und jetzt haben wir tatsächlich die Chance, auch vielleicht die Energie aufzubringen. Manche Dinge, die wir als richtig erkannt haben und an denen wir schon länger rumlaborieren, auch wirklich in die Tat umzusetzen, sie zu einem Teil unserer erdigen, unserer materiellen, unserer körperlichen Wirklichkeit zu machen. Und dessen positive Ergebnisse werden ja dann nicht auf sich warten, was uns dann wieder daran bestärkt, vielleicht bei positiven, heilsamen Dingen dabei zu bleiben. Und da gibt es ja eine, unabhängig von den aktuellen astrologischen Konstellationen, da gibt es ja eine klare Anweisung des Buddha. Die Leute, ihr, die meine Videos guckt, wisst ja, dass ich ein großer Freund des Buddhas und vor allem seiner Lehre bin. Und da gibt es eben die fünf Silas, über die ich ein längeres Video gemacht habe, aber in Kurzform, wenn wir die beherzigen in unserem Leben oder uns darum bemühen, erzeugen wir kein grob materielles, sehr negatives Karma, was dann eben auch bedeutet, dass unser Leben zumindest nicht schlechter wird und auch das Leben nach diesem Leben nicht unbedingt schlechter wird. Das ist erstens nicht töten, keine Lebewesen töten und auch nicht dazu anstiften, sondern eher die Lebewesen, die uns begegnen, ob Mensch, Tier, Insekt, Pflanze zu schonen und ihnen mit Güte zu begegnen. Im Zweiten nichts nehmen, was uns nicht gegeben wurde, also nicht stehlen, sondern ganz im Gegenteil, irgendwie großzügig sein, wenn anderen Leuten Fehlern passieren, diese denen zurückgeben, das aufdecken, großzügig sein mit den Mitteln, die wir eben haben, Zeit, Energie, Geld, was auch immer es ist, bringt sehr, sehr gutes Karma, wie der Buddha sagt. Drittens die rechte Rede, dass wir irgendwie nicht lügen, dass wir nicht versuchen, durch Verfälschung von Tatsachen uns in ein besonders gutes Licht zu stellen, dass wir nicht andere Leute durch unsere Sprache schlecht draufbringen oder ihnen ihren Glauben und Überzeugung kaputt machen, dass wir nicht verleumden und nicht so viel tratschen. Und viertens sexuelle Entgleisung meiden, dass wir sozusagen nicht in bestehende Beziehungen einbrechen, dass wir nicht Menschen aufgrund von sexuellen Bedürfnissen schwierige Situationen bringen, dass wir nicht mit, was ja selbstverständlich sein sollte, mit Tieren oder Kindern oder Angestellten, Leute, die uns verlassen, keinen sexuellen Missbrauch treiben. Und fünftens, dass wir uns eben daran üben, möglichst keine berauschenden Getränke und Mittel zu nehmen. Warum legt der Buddha da so viel Wert drauf, vor allem eben auf den Alkohol, weil er sagt, das Wichtigste ist immer unsere Einstellung und unsere Einstellung, die bestimmt eben unsere Anschauung und unsere Anschauung bestimmt unser Handeln und unsere Einstellung wird eben vor allem im Geist gebildet und wenn der Geist halt betäubt ist oder verblendet ist oder alkoholisiert ist oder sonst wie was, kann er nicht klar die Wirklichkeit erfassen, sondern verliert sich in Trieben und Gefühlen und Bedürfnissen und Stimmungen. Und deswegen sagt der Buddha, wir müssen unseren Geist möglichst klar halten, damit wir klar die Wirklichkeit erkennen und aufgrund dessen unsere Einstellung prägen und mit der Einstellung unsere Anschauung sich bildet und die Anschauung mit der Gesinnung dafür sorgt, dass wir eben den Weg gehen, der sich für uns als heil, für uns und andere als heilsam erweist. Und das ist eben in dieser Jungfrauzeit besonders gut möglich und die hat ja im Grunde jetzt mit dem Neumund eigentlich erst richtig begonnen. Es ist so, in den nächsten Tagen wird die Sonne Mars treffen, Merkur wird Mars treffen, Merkur wird die Sonne treffen. Dadurch beginnen einige neue Zyklen auch, ein neuer Mars-Sonne-Zyklus, ein Aktivitätszyklus. Also auch jetzt wäre es gut, dass Anfang der Woche in dem einen oder anderen Bereich Initiativkraft zu entwickeln, die Dinge umzusetzen und sie vor allem immer wieder positiv im Geist zu bewegen, denn die Bewertung im Geist ist immer das Entscheidende, in welche Richtung wir uns dann orientieren. Mitte des Monats, am 14. September ist dann Vollmond mit der Sonne in der Jungfrau und dem Mond in den Fischen. Genau, es ist dann schon so ein bisschen die Endphase dieser Jungfrauenergien, weil manche Planeten dann in die Waage wechseln werden, dazu gleich. Und der Vollmond in der Jungfrau bringt nochmal die ganzen Jungfrauthemen in den Fokus mit dem Mond in den Fischen. Natürlich auch alles, was dieser inneren Integration, der inneren Ordnung, des achtsamen, auch im Alltag umgesetzten Lebensweges. Die Jungfrau ist eben bescheiden. Ihr geht es eben vor allem darum, wirklich den Alltag, das alltägliche Leben zu gestalten und darauf sollte jetzt auch unser Fokus liegen. Und da sehen wir eben mit Mond in den Fischen, wo im eher Negativen gesehen unsere Süchte, unsere Verblendung, unsere Flucht vor der Wirklichkeit, unsere Flucht vor der Verantwortung, unsere Flucht davor, die Dinge auch wirklich umzusetzen, wo uns das eben hemmt und hindert und nicht ins Heilsame kommen lässt. Oder eben auch, wo der Mond in den Fischen, wo die Neptunenergie eben als Ergänzung zur Jungfrauenergie, Vertrauen, eine gelebte Spiritualität, also eine Work-Life-Balance auf neuer Ebene, Work-Life-Balance 2.0, wo eben Arbeit, die ich dann definieren würde, als irgendwie mein Leben möglichst bewusst im Alltag zu leben und live eben sowohl die Freude am Dasein, wie aber auch sozusagen das Durchdringen, die innere Wirklichkeit erfahren, das innere Leben zu erkennen. Also Spiritualität ist für mich eigentlich wirklich der Weg nach innen sozusagen. Alles, was nach außen geht, hat dann schon wieder auch Handelcharakter, also der Weg nach innen, der dann eben zur Ergänzung führen kann. Und dann können sich beide perfekt irgendwie ergänzen. Und das ist natürlich super, wenn wir das können, also wenn wir uns beide Seiten möglich sind. Und dann geht es so Mitte September los, dass so die Planeten, die persönlichen Planeten halt von der Jungfrauen in die Waage wechseln. Das beginnt mit Merkur, auch am Tag des Vollmondes, am 14.09. Und am gleichen Tag auch die Venus, also Venus und Merkur wechseln zusammen in die Waage mit dem Vollmond. Und an dem Tag steht Mars, Neptun gegenüber. Also da nochmal irgendwie wird Neptun aktiviert. Das ist ein ganz interessanter Tag. Das wird so eine Art Wendepunkttag sein. Die Tage da drumherum, die zwei Tage vor und hinterher. Das wird so diese Wendezeit sein im September, wo sozusagen es klar wird, was wir sozusagen aus dieser Jungfrauenergie gemacht haben. Wir, sowohl individuell, aber auch kollektiv, es steht ja auch für uns als Gesellschaft, sowohl in Deutschland wie auch in Europa, wie auf der Welt, ja gewaltige Aufgaben bevor. Und die Jungfrau ist ja wegen ihrer Bescheidenheit, ihrer Naturbezogenheit und eben auch ihrem klaren Verständnis dessen, was fürs Überleben und den Alltag und die Umwelt wichtig sind, für mich auch das Zeichen des Umweltschutzes mit. Und das Thema wird uns weiterhin beherrschen. Und es gilt eben dann im Verbund mit Uranus, dem Technikplaneten, im materiellen Zeichen Stier, konkrete Möglichkeiten zu finden, wirklich irgendwie neue Mobilitätskonzepte müssen und sollten entwickelt werden. Wasserstoff als Antrieb sollte stärker ins Bewusstsein und in Umsetzung gehen, was auch schon passiert, als Zwischenlösung, E-Mobilität, erneuerbare Energien, unsere Ingenieurkunst in Europa und der Welt zu nutzen, um menschenfreundliche Technologie zu entwickeln, die uns wirklich weiterhilft und es uns ermöglicht, Zeit zu haben, zu erforschen, was das Leben ist, wer wir sind, was unsere wahre Bestimmung ist und einfach das Leben für alle angenehmer zu machen. Und nächstes Jahr 2020 wird ja Saturn, der ja der Karma-Planet ist und auch der Planet, der ja auch oftmals die kollektiven und konkreten Umsetzungen halt aufzeigt, wird ja zwischen Steinbock und Wassermann hin und her pendeln und daher wird es dann nächstes Jahr einen starken Konflikt geben zwischen dem alten Konservativen, wir machen es alles weiter wie bisher, ist doch alles nicht so schlimm und dem Wassermann, der sagt, wir müssen jetzt tatsächlich die Vision für die Wirklichkeit umsetzen. Anfang des Jahres 2020 ja die Verbindung von Saturn und Pluto im Steinbock und das ist sowieso ja Saturn, für mich ja der Knoten- und Angelpunktplanet in unserem Sonnensystem und Saturn wird jetzt am 18.9., also auch in dieser Mitte-September-Zeit wird Saturn ungefähr auf 14 Grad Steinbock wieder direktläufig. So läuft also allmählich wieder vorwärts und wird dann Pluto einmalig treffen im Januar 2020, das wird höchstwahrscheinlich nochmal, könnte eine starke Krise sein, aber eine Krise, die uns auffordert, wirklich konsequent diesen Weg zu gehen und dann wird ja auch 2024, 2023, 2024, 2025 Pluto ja seine Reise durch den Steinbock beenden, auch in den Wassermann gehen und dann wird sozusagen die neue Technologie und auch neue Konzepte werden dann immer dringlicher werden oder auch schon umgesetzt werden, das ist meine Hoffnung. Diese Zeit ist aber auch eine sehr spirituelle Zeit, es gibt auch sehr viele Möglichkeiten für Spiritualität und für die Künste, für das Theater, für die Musik, für die Kreativität, denn Jupiter, der ja auch in seinem eigenen Zeichen läuft, im Schützen und der ja Ende des Jahres in den Steinbock geht und zu Saturn und Pluto kommt, darüber werde ich auch sicherlich noch Videos machen, der steht im Quadrat zu Neptun, auch im September und das bedeutet eben auch, dass sozusagen Neptun viel Energie kriegt, viel sinnhafte Energie, also sozusagen haben wir wirklich die Möglichkeit, ganz konkret über die Jungfrau und den Steinbock zu arbeiten, kollektiv und individuell, aber andererseits auch ganz viel ins Vertrauen, in die Meditation zu gehen, in das Seinlassen, in das Geschehen lassen, in das Sein, was immer ist, was wir immer sind, denn man darf ja bei allen Konzepten, an allen Vorstellungen nicht vergessen, dass es alles etwas ist, was wir der Wirklichkeit sozusagen zufügen, nicht, wenn wir still sind, wenn wir nach innen gehen, wenn wir die Meditation nutzen, stellen wir fest, dass vieles gar nicht notwendig ist, von dem wir immer glauben, dass es notwendig ist. Dann am 23. September ist Tag und Nacht gleiche zum Herbst, zweimal sind Tag und Nacht im Jahresrhythmus gleich lang und wir tun gut daran, wenn wir uns über einen Kalender oder auch einen Mondkalender, wenn wir sozusagen immer auch mal schauen, wie ist es denn eigentlich gerade mit den kollektiven Jahreszyklen, auch wenn die uns persönlich vielleicht nicht unbedingt immer betreffen, sind sie doch eine Form zu erkennen, in welchem Zyklus wir leben und die Tag- und Nachtgleiche zum Herbst bedeutet eben, an diesem Moment sind Tag und Nachtgleich lang und dann werden die Nächte, also länger als die Tage, die Dunkelheit überwiegt dann die Helligkeit und mit der Dunkelheit ist das natürliche Impuls gegeben, mehr zu Hause zu sein, sich zurückzuziehen, in Abstand zu gehen, in die Betrachtung, in die Meditation zu gehen. So und dann kommt eben, wechselt die Sonne in die Waage, leitet den Herbst ein und leitet im Herbst eben neben dieser inneren Betrachtung eben auch ganz klar wiederum auch die Begegnung mit anderen Menschen an, nicht? Oder Dhamma-Sanga, Sangha, die Gemeinschaft der Menschen, die nach der Erleuchtung, nach dem Erwachen streben, ob man sich nun bekannt ist oder nicht. Der Austausch hier mit Menschen, vielleicht die Intensivierung auch von Beziehungen kann uns tatsächlich auch sehr helfen, tiefer in unsere Prozesse zu kommen, klarer unsere Traumata zu erkennen, unsere innere Kindproblematik besser zu spiegeln. So und das ist dann die Energie am Ende des Monats dann, am 28.09. im Moment liegt der Neumond ja immer gegen Ende des Monats, ist dann tatsächlich der Neumond in der Waage. Das ist dann nochmal ein ganz klares Herbstsignal. So und damit endet dann auch diese Phase, die ich jetzt beschrieben habe und es geht mehr in die Phase der Begegnung und eben auch der möglichen Harmonisierung der Gegensätze in uns und in der Welt. Hängt aber immer natürlich davon ab, also der Tierkreis baut sich ja zyklisch auf, ein Zeichen folgt ja auf das nächste und deswegen ist eben das Zeichen Waage sehr stark abhängig davon, wie eben die Jungfrau vorher gearbeitet hat und der Skorpion wieder abhängig davon, wie die vor ihm gearbeitet haben und so baut sich die ganze Geschichte auf. Heute bin ich übrigens Schotte, also sollte irgendein Schotte oder jemand, der mit Schottland zu tun hat, dieses Video schauen, herzliche Grüße nach Schottland, eins meiner absoluten Lieblingsländer. Wo ich gerne bald mal wieder hinreisen möchte. Gut, das zu heute zum Abendtalk, hoch zum Abendtalk. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht, das zu schauen. Die Informationen nutzen euch. Es wird natürlich noch detaillierter dargestellt werden, dann in den Tageshochskurven im September. Hier wird es auch bald wieder ein Video geben, vielleicht zu einem ganz anderen Thema. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend, einen guten Wochenanfang und sage Tschüss und bis dann.